Ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Sie sind verhaftet, Herr Kahn! Ich? Mein Prozess läuft nicht gut, sagen Sie. Ich werde weggebracht, ohne zu wissen warum, wohin und von wem. Ich werde weggebracht, ohne zu wissen, wann ich mein Geld freue. Ich werde weggebracht, ohne zu wissen, wann ich es diesen E-Gitarren für eine technische Handlärmung habe.